mit gar nichts weiter in der story keine ahnung wo wir zuletzt waren ich weiß nicht ob ich gestreamt habe oder nicht wir waren hier und haben wir müsste jetzt alles enteisen was haben alles enteisen ja genau hier haben wir schon alles gemacht ja ich weiß aber nicht ob wir das noch gestreamt haben oder nicht egal nein das haben wir glaube ich nicht mehr gestreamt aber wir halten fest vor allem die jetzt wir haben magnete dieses level genau wir haben magnete wir haben also ich habe ich habe mit ihm gestern auch abgemacht dass wir mini spiel spielen haben wir nachher auch ich habe verloren war eine schlechte idee gebe ich zu ich muss sich jetzt lauter drehen warte ich hab gar kurz um den warte mal ich muss noch ein bisschen ich weiß nicht mehr wie ich die fähigkeit aktiviert r2 also haben wir schon hier müssen wir ja darf ich darauf stellen ich glaube da muss irgendwas da hoch schießen ach warte mal warte mal warte mal du musst das hier glaube ich mal nach vorne ziehen oder du musst dir ran ziehen lassen ich weiß nicht wie auf dich jetzt schon gestorben bin da hinten kann ich dir sehr sehr gut helfen jetzt ergibt das alles sinn aber der rutscher sogar runter und jetzt warte ich packte noch mal einen ganz oben hin und jetzt abfahrt warte warte oh nein es hat mich an dem level mit den nägeln kannst du es da an die wand pläsen ich hab dir mal da oben noch einen hin warte und ganz oben noch mal ein warte wow es hat einfach losgelassen warte auch fast getroffen ja es kommt noch mal eine lange wand na nee das wird das schlimmste das müsste eigentlich so gehen das ist richtig schwer das ding aber es geht schon ich hab's für den gong der gong für die bong macht sogar den zweiten gong gesehen auch wieder zum fliegen für eine kaka ich feiere ja diese typen dörde alle seilbahnen können mit der hochfahren ich glaub das muss man ja ja let's go die gong die gong ey wir können mit dem ruf gehen good morning everyone warte was du eigentlich hier drin snowball area da waren wir doch oder das haben wir noch nicht gesehen da möchte ich kurz reinschauen nice ach so dass in arena einfach für uns na dann hier ist doch irgendwas irgend wenn ich spürst nicht lacht nee bitte nicht nee nee mach ich nicht ich will kurz schauen ja nur alles gut da meinten ich da geht dann darum dass wir die gefunden haben dass wir die dann noch später spielen könnten alles gut ich wollte bloß und locken was ich stopp sich auch kann ich gar nicht springen blut ja wie langsam wir sind ja amt schocken blut 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 wie groß ist denn diese eiskugel ne nicht eiskugel sondern schneekugel die langsam 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 stört mich dass wir nicht spritten können ich hatte ja sowas wenn man nicht spritten kann oder so schau mal hier runter hey die vertragen sich langsam wieder disco 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 ich will hier raus disco party party disco oh da kann man nicht hoch oh habe mich gerade voll gefreut ah party ich kann nicht ich kann Hüte sammeln ich will den zylinder wusste rote zylinder wieder hier danke ich habe einen roten zylinder ah ich bin dann nehme ich mir die krassermüsse hier wie kann ich das wieder los werden dir fällt mich nicht äh und plötzlich irgendwie ein anderer club ich könnte mal wie er am tanzen ist da jetzt schauen wir da jetzt da jetzt let's go let's get it started jetzt kommt das zippeln wieder oh god wir müssen ja sogar mit lenken da kommst du eigentlich näher drückst du irgendwas ne überhaupt nichts ach weil du Windschatten geierst ach weil du Windschatten geierst ach weil du Windschatten geierst ja 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 oh hoch sind wir gerade im wahl ich bin mir nicht sicher was das ist das ist ein wahl das ist ein wahl what Moby Dick Moby Dick oh wir sind gleich am After ja das will ich nicht oh doch oh gleich riecht es nach Maurice oh ja Maurice warum bin ich immer höher als du landen wir da jetzt perfekt obendrauf oh 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 pros einfach wie wahrscheinlich ist sowas dass wir da perfekt drin landen der war geil ja das war nice das hat mir gefallen hab ich kann jetzt endlich mal halbwegs ruhig triggern weißt du wie einfach mit meinem mund ich hab starke finger die brauche ich aber auch wenn ich irgendwann mal irgendwie bolzen oder so festhalten muss wo du komplett nicht siehst n ich weißt du wer das war buch schnell werk mit premier studieren n n n n n n n studiert will das auch hier ist du möchtest genau und moris da wird als sanitäter sani da ist dann fliegst du mich zusammen wenn ich irgendwie angeschossen werden nicht in die eis moris meine ist auch moris du fliegst mich dann zu sagen ist da maa so ich habe endlich dieses level mit den verkackten magneten ne ich glaube die werden wir noch ein bisschen behalten rohne ich bin der top of the mountain ich liebe diesen dialektner lol unter die oberfläche verstecken da war ein oder auch die ich bin ich irgendwie der einzige der das immer zwei deutlich verstehe was er sagt doch das ist ein verdammt perverses buch flitzen 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 stimmt wir sind puppen ist eigentlich keine probleme war der rechts und links war noch mal was wir schauen dass wir schauen dass wir schauen aber wir müssen das aufmachen nein stopp das brauche ich du bist in anderen stimmt er gibt es sind aber ich kenne aber nur bis zur Hälfte okay nee warte mal wir müssen es zu zweit jeweils im Ort ich habe alles nach oben du musst ja nach oben machen das wohl mir schau mal wow der muss nach oben der muss nach oben gehalten wird ich weiß halt auch dein Toilette das ist eine tatsächlich sehr gute frage das perl keine ahnung ich glaube man ist aus ganz ehrlich und der riebe der riebe und du weißt du sind so potinipotini und geht der papate oder hier drüben oh klasse da mal los so gut okay ich sage es ihnen Süßigkeiten wow okay das finde ich geil mach ich will nicht mehr die Magnete warum ist das auch unter Wasser eine Frage hast du morgen Schule oder musst du heute wieder um 10 weg ich habe nein mann ich habe also kommst du noch ein bisschen länger und ich muss trotzdem früh weg vielleicht krieg ich meine Eltern überzeugt aber ja genau ja gar nichts ich habe das gar nicht vor die sprache erinnert mich an die ewoks genau aber das ist ja diese unter russer statt zurück 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 morris ja das geht nicht schade ich dachte ihr werdet offen weißen zwei grüne und eine rote nicht folgt der mittleren schau mal garitz sieht lecker aus der markt nicht so kommen nach oben müssen süßigkeiten reparieren hier unten kommen wir kurz aufs eis ja aber die reparieren klar ich gebe mir moment oben ist es zu zweit aber müssen hier unten schrauben mit dem teil was wenn man hiervon verschluckt wird was passiert wohl wenn ich jetzt aber kann ich damit den umbringen kann ich muss ich glaube ich diese ach so nie hier hat man mega buchstum und die benutzt kam er gar nicht auch habe ich doch gesagt na ich möchte kurz noch hier oben schauen ob da noch mal ich will weiter in der story ich will nicht über die ja ich will ich will die map erkunden das sind die maps einfach voll geil aussehen ganz ehrlich gönnt ihr das doch allein hier ist großes schiff ich komme gleich zu dir und hälfte dabei war komplett aggressiv auf mich ach somit darf nun kann ich an die scheinwerfer schau mal ich kann wieder sache andrehen ok dafür lohnt sich hoch zu kommen ich wollte gerade sagen ich habe das für sogar nicht mehr gekriegt also daher und eine glocke was die glocken machen habe ich zwar immer noch nicht ganz verstanden aber geraden truhe wobei ob man bleibt bleibt nicht schießen noch nicht hier es muss man stappert profi erhalten schrecken der sieben weltmeere auch mal darunter gehen dann verlebt man den wieder aber trotzdem dass er schiefmanns was wert du wechsel glaube es ist hier aktivieren was lasse ich da gerade rein aber das ist wahrscheinlich später ach so wir kommen ja sowieso nicht weiter wenn wir die nicht alle fertig haben warte 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 ja fast ein stück weiter runter bitte warte runter da muss ich ähm es ist ein bisschen kreis 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 ach so okay ich verstehe auch ganz knapp warte 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 wo es weg genau das warte hat durch Nee, du musst wirklich vor der Ansatz noch ein Stück bewegen. Das ist so knapp, Alter. Wie viel Pech kann man denn nach? Oh Gott. Äh, erstmal nach oben, oder? Ja, ich glaub ich muss erstmal nach oben, genau. Vorsicht. Danke. Süßigkeiten. Hm, was? Ah, das erste Rohr. Oh, nee, ist das eine Zuckerstange? Okay, Zuckerstange ist es. Solange es nicht lakritz ist alles gut. Wollen wir da nach Süßigkeiten? Keine Ahnung. Also, wir gehen hier einfach rein. Ach so, das war zu, ne? Ah, die ist auch noch eines falsch. Oh, warte mal. Hier ist auch noch eines falsch, ich glaub das ist aber das was du hattest. Ja, falls du morgen das Game schon wieder haben solltest, habe ich auch für dich schon mal ein Flugzeugträger. Okay. Hey, aber Eis. Hallo. Warte mal, ne. Ich weiß nicht. Ah, da müssen wir nachher wahrscheinlich durch. Alter. Ja. Ja. Oder was? Ja, was passiert, wenn man vorne steht? Ich bin lecker Fischel-Happen. Ah, warte mal kurz. Okay, die interessieren sich nicht dafür. Wir müssen jetzt den Leitungen folgen, ne? Den roten. Ah, da unten. Schnell nach unten. Schnell nach unten, okay. Wir müssen ihn zu zweit hochheben und die Dinger immer drehen. Und wir müssen aufpassen, wir nicht in den grünen Strahl reingehen. Ich rot und blau. Ich folg dir mal einfach, ne? Hm. Du gibst die Richtung an, ich folg dir einfach. Runter, runter, runter. Wir müssen das irgendwie... Ah! Oh Gott. Alter, das war so knapp bei mir. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, oh. Perfekt. Jetzt drehen, Garits. Ach so. Andere. Dann halt so rum. Oh, oh. Ich bin aber auch nur dich, ne? Hm. Müssen wir das Ding irgendwie mitnehmen, oder? Ja, wir müssen noch zwei andere Dinger rein drehen, drei. Zwei. Zwei, ja. Ah, doch hoch erstmal, hoch erstmal. Da lang, oder wo lang? Ja. Ach, da hinten. Ah, wow. Ja. Und dann noch ein zweiter... Ja, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Das Ding will doch gleich wieder fressen. Das will mich, das weißt du eh. Auch wieder wahr. Ja. Lass auch was los. Ja, es will mich jetzt. Perfekt. Oh, ne, es ist fiek. Schlitzen. Geh weg. Ah, wir haben es sogar drauf gesetzt noch. Blöder Fischarsch. Das wäre ja mal mies. Hm. So, neue Mission. Hol das Ding aus dem Fisch raus. Hahaha. Special Mission. Hahaha. Ja, wir möchte aber auch richtig mit dafür haben, ne? Hm. Warte, warte. Er setzt sich von alleine drauf. Ach, belobend. Einfach die... Ey, wir dabei sind für was die Rätsel angeht. Echt Profis. Nice. So, jetzt fehlt da noch... Einer nach oben. Da sitzt ein Stein. Wow. Ah! Ich... Oh Gott. Oh, ich... Oh Gott. Oh, du bist verschluckt worden. Blub. Ah ne, der ist da hinten glaube ich, oder? Wo ist denn der? Ah ja, genau hier ist der. Folgt dem gerade. Oder? Das ist jetzt glaube ich das große, oder? Ist das hier das große? Hier, öffnen. Wieso nehme ich das hier, machen wir es diesmal auf dem einfachen Weg. Hahaha. Ohhhh. 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 Warte, was das gibt, gibt's hier auch wieder was zu sehen? Ohhhh. Schade. Ohhhh. 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 Ey, so richtig die Spaffen. Warte, war oben. Das ist doch gemein. Ohhhh. Muss dann auch aufpassen, dass man nicht hier aus der Strömung rauskommt. Ohhhh. 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 Das geht nicht. Das ist nicht. Hey. Das ist so ein Ding hier unten. Doch, er hat fast wieder aufgeholt. Hey, Rätsel schaffen wir aber. Zwar aber sowas. Bei Rennen kommen wir immer so gut wie zugleich an. Das feiert es. Ja genau. Oh nein. Ohhhh. Gib mir doch den Haaren da bitte. Hallo, da muss man Haaren machen. Ja, ich wäre erstmal irgendwo aufs Wasser, äh aufs Land hier. So, hier können wir dann. Mal nochmal wo? Ja genau. Ich bin so inkompetent. Hm. Na dann. Du kannst dich da lang krankern und ich muss mich immer wegpumpen lassen. Weil, ganz ehrlich, das Game ist schon ziemlich schön, alter. Hm. Was so die Landschaften angeht. Das ist halt abgespaced, aber trotzdem gell. Was ist hier? Oh. Ist das Wasser? Oder was ist das? Oh. 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 er hält sich nicht fest einfach vielleicht mal schon mal ruhigen machen das ist das level das gefällt mir auch schon wieder ist echt nice macht spaß ich bin direkt oben gelandet einfach zu gut für das game ja gut das weiß ich die schwerste aufgabe hat rein ja ich glaube jetzt müsste der durchgang aus aber das rind eröffnet sich was oder nichts aufzug genau dann können wir irgendwie abkürzen du musst wirklich zurücklatschen echt warte mal war doch doch warte mal ja können wir Mario piste dieses eine Mario 64 Level mit dem Pinguin genau die D surtout da unten der 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 das warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal die D D das beste Level überhaupt ich meine gerade was gehört zu haben Ich geh gerade ganz nach oben wieder. Mini-Level? Nein, ich glaube, hier irgendwas gehört zu haben. Oder es waren tatsächlich nur die Minen, die da arbeiten. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt irgendein Secret gefunden wieder. Na, ich gefeiert. Ich mag ja so Secrets und sowas. Ich mach gerade Pumpen, Garitz. Schiehen wir also? Nein, ich glaube, du bist gut. Oh, schade. Tschüss, ihr Fotzen. Viel Spaß mit eurem... Also richtig auch. Style. Wir sind am Leuchtturm, gleich. Oh, du kannst uns bewegen. Ich hatte schon selber noch die Katze gewesen. Warum bist du eigentlich so schnell? Ja, ich bin nicht fett. Untot. Ich bin nicht fett. Ich hole gerade ein. Ich renne gerade auf dem Langsamer. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Ja, genau, das... Ja. Glaube ich dir nicht. Doch. Ist einfach schlecht. Ach so. Wenn du jetzt mal einen falschen Knopf drücken wolltest. Das wäre überall, worauf wir Langs leiden, aber auch erstmal eine 50-fache Beschleunigung haben. Oh, ich werde jetzt kommen, das Buch. Ja. Der wird gleich vor uns rumfliegen. Oh, gar nichts. Na, hallo. Und wie findest du mich, mich, die blaue, sexy Puppe? Oh, Comments, warte mal. Ich habe die Kommentare gleich... Oh, doch. Marie. Ich... Digga. Ich kann halt gerade echt nicht auf die Comments nicht so achten. Anführlich hat er aber auch zugeballert mit Mandy Games und sowas, ne? Mit Aufgaben, die man erledigen muss, aber das finde ich so geil an diesem Game. Ja. Ich liebe ja sowas, wo man Teamwork machen muss. Das geht gerade Trollkern. Also. Ich liebe ja sowas. Manchmal auch Gegnern da arbeitet. Dann gehe ich ja. Du kannst ruhig im Sturm bleiben, aber ich muss jetzt mein Handy irgendwie halt offen lassen. Manchmal auch Gegnern da arbeitet. So, erstmal stumm. So. Wow. Ich habe die Kommentare jetzt offen nebenbei. Ich achte halt nicht so oft drauf. Der. Ja. Ich sag's, es ist immer das geilste im Winter, so eine Bahn hochzufahren. Ja, ich weiß. Ich meine, wir haben so viel Sonne gerade. Frage, was ist geschnien? Ist doch geschnien. Geschneit, Eis. Das Geilste im Winter sind Lebkuchen. Ja. Und Zuckerstangen. Ja, Zuckerstangen. Oh, fahren wir gerade wieder runter? Keine Ahnung. Aber ich liebe ja Crepe im... Äh, auf dem Weihnachtsmarkt einfach Crepe essen. Lass um die Wette fahren. Oh, nee. Ich zieh dich ab. Ich zieh dich ab. Ich zieh dich ab. Oh, ja. Ja, ja, ja. Sprung. Wow. Wow. Alter. Ich kann gerade nicht drauf wachten. Der. Das ist halt mega gönne. Hm. Ähm. Die Erdbeeren mit Schokolade drumherum. Ah, ja, die sind auch geil. Hm. Ja, stimmt. So ein Schoko-Vondue. Ein Schoko-Vondue ist echt geil. Ja. Digga, Alter. Alle Fondue-Sorten sind geil. Aber das ganz normale Fleisch-Vondue mache ich auch mit dem Fett. Das ist, was mein Fell wird sogar. Oh, fast erst mal die Decke gestreichelt. Hm. Wo sind wir denn jetzt, Alter? Oh, schau mal. Nein, 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 ich glaube, das brauche ich. Oh, ne, gar nicht. Wow. Alle zwei gelächten und zu toll. Oh, da ist irgendwas. Oh, warte mal. Oh, ich schaue, warte. Warte. Was musst du mir beichten? Das klingt nicht gut. Ja, muss ich's rausschieben? Marie muss mir irgendwas beichten. Hallo, du hast... Ach so, warte mal. Ich weiß es. Du musst dich hochschleiden und dann den Haken, oder? Ach, nein, ich muss mich... Ah, genau. Oh, ja, ich schinke. Warte, warte, schärf dir mal ein bisschen. Ja, hier. Und dann muss ich ja im Haken hochheben. Ja, er muss mich da raufballern und so muss ich mich da reinschieben. Ach so, ja, okay, passt. So. Er möge mich fahren. Soll ich dann da lang oder soll ich über den Dings lang? Über welchen Dings? Soll ich anstatt hier lang? Ja, wir waren lang. Ja, ich habe anscheinend hier zu warten, erst mal. Ach so, nee, du machst mir auf. Ah, okay. So sozial bin ich zu dir. Hm. Aber da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Sieht so aus. Hochkleiden, was? Nee, ich denke, ich nicht. Plötzlich, Achterbahn? Die Achterbahn finde ich immer am besten. Die Achterbahn-Part. Krachterbahn? Die Krachterbahn-Part. Nein. Äh, endlich haben wir mal sowas, wo du mich mitnehmen musst und ich nicht dich. Also hier waren wir auch so. Andere Seite, andere Seite. Ja, wusste ich natürlich. Bin am Hangeln. Ich wollte es einfach nur nehmen, weil ich dachte, okay, ich kann hier mich irgendwie ranhängen. Dann war es eh richtig. Schade, ich würde gerade schon wegziehen. Ich weiß. Noch mal ganz von unten. Och, oh. Warte. Warte, lass los, lass los. Lass doch los. Lass los, er hält fest. Achso, ich blitz gar nicht. Auf was sind wir gerade drauf, Junge? Äh, achso, da oben geht's weiter. Sind das Stierhörer, äh, Mammuthörner? Bockhörner oder so was? Ja, genau. Mammuthörner oder, nee, hä? Nee, das sind Steinbockhörner. Das weiß ich genau. Genau, ich wollte gerade sagen. Für Mammut sind die zugehört. Weil die Tiere kenne ich genau die, äh, oh nein. Ja, ich bin ein paar Kilometer dahinten. Ja, es sieht aus, als würde ich das Rennen jetzt gewinnen, ne? Ja, ich habe Kampel verkackt. Ja, ich bin ein paar Kilometer dahinten. Ziemlich weit. Ich bin zweimal runtergefallen. Ja, bist gleich bei mir. Na, dann müssen wir zusammen dran reißen. Alter, ich halte das Ding auch auf wie so eine Bazooka, ne? Du musst da dran ziehen. Zehn hat nicht so gut funktioniert. Piu. Was up! Was up! I'm on Telephone. Are you alone? Nein, ich bin nicht alone. Was up! Das ist gut. war der schlecht was was kampf was kampf was kampf was kampf ja kein event los garets dieses buch versucht wirklich uns umzubringen dann nicht nur einmal ausgab jetzt kaum ich warte wachst du für die warte ich habe gerade überholt ich habe nicht ich habe nicht hier gerückt alter es gibt nicht sie doch sie doch auch doch Oh, müssen wir es zum Team? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Oh, lol und jetzt funktionieren unsere magneten anders können wir warte können wir das ist viel besser warte was passiert zu weit auseinander gehen aber du musst mich das kanon verwenden vielleicht aber ach so lol das gehen wir so ein bisschen ok war jetzt musst du dich darüber schießen naja ich muss ich hatte ganz hoch springen nicht löst mich dann von dir kurz der wir sind auch schon ein bisschen behindert schauen wir dahin kommen wir warten wir schon mal dahinten wir brauchen dass da wir uns gegen sich anziehen können in der mitte hä was wie schnell hä von einem männer auf dem anderen auch gleichzeitig weiß ich gar nicht ob wir überhaupt uns anziehen müssen 3 2 1 go jetzt kannst du dich einfach anziehen ja passt das los ja alter was das denn hier was kannst du da kannst du irgendwas machen an dem ich kann gar nichts machen was passiert werde ich mich fest wenn ich das verstärke stärkt das ja irgendwie so oder nicht du kannst du musst du musst du hast du musst dich festhalten ich komme nicht rein ich bin hier ran alter sowieso blöd und haben sie jetzt schon verkackt du musst dich festhalten ich check mich dann auf dich drauf und dann tauschen wir ich kann mich gerade noch nicht festhalten ist das problem jetzt erst aber wir müssen mal den wind abwarten ok weiter rennen nicht an mehr auf hierüber 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 hängst du müssen glaube ich zu zweit dagegen drücken oder ich drücke auf jeden fall mit jetzt musst du wieder jetzt musst du wieder wir schaffen das drückt dagegen und wir werden auf einen wissens vielleicht gezogen das war das war dann weiter weiter haben wir noch geschafft klaus 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 ist noch irgendwas oder ist das hier so eine windsafe drucken 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 du musst auf die andere seite gleich genau das ist was für dich einfach die pros genau davon ist was ding da unten siehst du es ja weil ich muss mich gerade morgen kratzen weitschatz dahin zu taschen ich bin jetzt hier kurz warten was auf ich war da wir können noch viel lang jetzt musst du glaube ich da sonst was ich glaube ich ich weiß was du musst auf die andere seite ja das problem ist ja bleib hier ich komme mal auf die andere seite ja eben ich muss es zugleich machen wieder genau hat er letztes mal auch gut geklappt ne 321 go ok ok ich glaube ich glaube brab hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier ok 321 go perfekt und plötzlich fahrstuhl alter da kommt dieser komische wird überhaupt da sollte kein wind sein doch bestimmt alles hat keinen sinn we made it we made it feindlich redet doch gleich kommt das buch ich sehe hinter uns jetzt oder nee schade damit hätte ich gerade mega gerechnet hola amigos warum ist da oben jetzt kein wind das verstehe ich nicht keine ahnung gleich hola amigos die die so und mein Faiz einfach nur dieses Buh ich mag dieses Buh nicht ich auch nicht oh ne was wir jetzt das nächste Level jetzt mal mal verschwinden warte wir kombinieren wir hatten jetzt unseren Schuppen wir hatten die Eiskugel wir hatten die Uhr wir hatten ihr Zimmer der Schlafzimmer Elternschlafzimmer oder Küche nein wir hatten ihr Schlafzimmer oh dieses schimmlige Butterbox 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 bitte nicht doch nein den Fernseher jetzt sind wir im Fernseher drin oder so das wäre lustig das ist meine TV Show Butter Eier lass es nicht fallen kleine war teuer wir können dich immer noch zur Adoption vorgeben die ist nicht so wie wir Garitz die passt auf Sachen auf ja gut wir haben ihn Elefanten zerrissen Tja bist du hässlich Brrrr schönes Ohrschlecken ich bin eigentlich ein Vampir oh nein das ist Nummer 2 wir mömen das ist Nummer 2 unsere Nature unsere Nature Ja, Schlafzimmer, bei Leidenschaft. Kannst du jetzt Pflanzen kontrollieren? Ich meine, ich habe eine Pflanze auf dem Kopf, also. Und nicht dann scheinbar, so wahrscheinlich bin ich schon blaue Haare, oder? Weiß nicht. Die Herrscher, du weckst! Oh ja! Digga. Boing! Digga, dieses Buch, es macht halb, wirklich, es tanzt eher rum. Ich habe das Gefühl, es hasst uns. Du denkst es? Oh, jetzt sind wir, oh, im Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Oh ne, Maurice hat mir wieder einen Furz geschickt von sich. Oh, wirklich? Oh, scheisse! Gut gemacht, Garry. Ja, ja! What the fuck? Was kann ich denn auch... Gleich. Ja, gleich. Ja! Oh, ein Krautmittel! Ach so, du musst es aufmachen. Oh, du Wichser! Ich bin gleich wieder da, ne? Ich geh kurz, äh, ich geh kurz weg. Alter, du hast ne Sichel. Wie geil ist dein, wie geil sind deine Fähigkeiten denn, Alter? Ja, einfach ne geile Sicht, du hast auch gleich geile. Ja, ich bin auch gleich, ich bin auch kurz weg. Oh, Jet, kurze Pause, bin gleich wieder da. Eis und da hat man die Zuschauer, die 0,1 Zuschauer. Wie soll ich das machen, Alter? Du bist doch im Stream, da, was wir machen. Ich bin kurz weg. Ich steck dir in Fingerns Auge. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wenn man die Schuhe vergessen hat. Jo, aber Eis. Wann fangst du jetzt an zu studieren oder nächstes Jahr, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich in fünf Jahren oder mit länger. What? Und wenn das denn ist noch in der Schule oder wie? Ausbildung. Ach so, was denn? Notfallsanitäter. Ach so, dann werde ich jetzt mal ein paar Jahre da, als das Arbeiten. Na, der Notfallsanitäter wollte ich auch immer werden. Aber nee. Oh, 38.000 Schaden. Oh, ich war der Beste aus meinem Team Smash. Nice. Drei Kills, 1500 XP bekommen. Ich würde dann einfach wieder auf Luftabwehr gehen und neben wir stehen und so. Oh, wenn die Flugzeugträger stark sind, dann sind sie stärker als Schlachtschiffe. Du hast ja gesehen, was mal passiert ist, als du zum Flugzeugträger gekommen bist, ne? Und wenn die Flugzeuge ankamen. Aber, meine, ja, da hatte ich aber den Kack-Ding dabei. Und ich hatte ein Dreierschiff gegen ein Fünfer-Schiff oder so. Rammkurs. Ja. Es hat zum Knü, das war danach tot. Und du auch, oder? Aber der Flugzeugträger war weg. Ähm. Ja, ich habe mir noch kurz eine Wurst. Es geht ja gleich um die Wurst, nämlich hier im Garten. Und ich werde mich mindestens drei, viermal umbringen mit seiner Fähigkeit. Singles-Mash, ich habe zuallererst, hole ich mir immer den ersten, nee, den besten Rumpf, ne? Und dann, dass ich jetzt weiter schießen kann. Ich kann jetzt 14 Kilometer weit schießen, das heißt, ich kann across the map slideen rein theoretisch. Ja, moin. Mit dem Schlachtschiff gerade. Lol, ich habe noch Unkrautmittel. Ich pisse gerade Garits an. Ja, schau doch im Stream. Ich komme gleich. Ich bin jetzt im Sieg. Ich komme gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, verdammt. So, bin zurück. Ich pisse gerade seine Garten-Webzeug an. Alles klar, mein Hund riecht, dass ich eine Wurst habe und so, und dann kommt er direkt. So ein Feini. Ja. Wenn es jetzt stimmt, wer ist der wahre Hund. Move. Oh. Feini. Ja. 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 Denkst du, Smash, der unser Flugzeugträger könnte ein fettes Schlachtschiff als Unterstützung gebrauchen? Keine Ahnung Keine Ahnung Nein, Lu, nein! Nein, zurück auf deinen Platz. Aus, Lu. Aus, Lu. Aus, Lu. Aus, Lu. Aus, Lu. Aus, Lu. Aus. Oh, unser Zerstörer hat gerade den Gegner aus dem Flugzeugträger rausgeholt. Du hast sogar Zweifeligkeiten, das ist ja unfair. Ich weiß, schau mal. Ich habe einen Sektenzerstörungsmittel. Wir sind schon größer als vorher, ne? Ist dir aufgefallen? Schau mal, wir sind größer als vorher. Schau mal, wir sind jetzt fast, fast ein bisschen kleiner als Dings. Düngen! Ich muss Düngern, du musst draufschampen. Du kannst dich in Pflanzen verwandeln. Okay, das ist auch geil. Da ist schon, du musst da hoch. Ich muss da aufschwingen, glaub ich, oder? Du musst da hoch. Mir irgendeinen Weg öffnen. Ja, ich will schauen, ob ich nach irgendwo anders hin müsste. Ich pisse dich an. Alter, du hast voll egal, der Sache. Scheiße. Scheiße. Ich bin eine Pflanze. Ich bin eine Pflanze. Boah. Was? Nein, nein! Bei mir. Wenn das überhaupt geht, würde ich sagen, was auch das nicht Fine? Das könnte es auch geil werden, könnte es ein Kaktus sein. Oh Gott, ist es der aus. das ist ja auch der aus der fans was zombies garten war vor oder ja ich pisse dich an kann ich denke ja auch zu stören ne die kannst du du ich habe eine lebensanzeige aber nicht weiter musst du mir rückendeckung geben von wegen deine fähigkeit ist nicht geil ich war gern mir nicht an alle heute sind wie in skylanders diese türen die sich erst machen wenn alle gegner besiegt sind müssen die sonnenblumen sein darfst du schauen mal du musst rein spritzen oder so ach so ich muss zwar macht kann ich dich ane du kannst hier mittig durch ach so damit ich oder gibt es was kann schneller warte ach schon mal und du luchst urstig na schau mal mach hier mittig auf hallo hallo märche dass das gerade schon ja was noch 7200 xp ok ok dann kriegst du flugzeugunterstützung morgen oh nice wir müssen garthau zwingen oder kurse zu laden mh da hat man ja auch nur noch flugzeugträger spielen so auf der schlugzeug spielt warte mal was gefällt mir am meisten garthaus wirklich flugzeugspieler egal welchen game ja ja dann werde ich einfach auch zum ich werde der zerstörer smash ich bleibe auf jeden fall auch ja ich bleibe auf jeden fall mein schiff welches habe ich ja mal genommen das mit den viel kanonen viel feuerkraft oder viel hp ja das haben alle schlachtschiffe ich glaube ich war zerstörer schlachtschiff oh scheiße zerstörer am torpedos ach so ja ich war schlachtschiff fast zum schicht das hat was fett hat das fette kanon das hat der mensch gemacht ist immer ein ram kurs gegangen als drei gegner gekillt werden bevor du selbst abgekratzt bist ja ich würde komplett gemobbt ich kann es nicht mehr lange fest ach so also also ja du musst überleben gefühlt hier das Vier hasst mich das cool es 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 nicht es 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 ja ja Oh, ne. Das ist ein Raupen. Warte mal. Könnt ihr das? Einfach von Raupen. Schon krank, dass wir von Raupen mit Maden massiert werden. Oh, schau mal! Oh! Oh, ja. Oh, ja. Geil, weil es nur wenn nicht so Holzmahn wären. Fußpanie, Alter, diese Raupen. Wäre aber schon geil. War ich schon. Mit in hier. Oh, ich kann hier in hier für Hours. Was ist das, Thoughts? Ich muss mich in der inneren Liebe finden. Ich fühle mich, dass ich bloß. Okay, May? Okay. Ist schon geil. Nice. Okay, 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 okay. Hast du eigentlich mal in der Schule? Weiß? Ja. Ja. Hm. Ja. Ich wusste es. Ey, du Wichser. Aber jetzt habe ich komplett verschissen. Ja. Ja. Ach, wir wissen, wie hat das beim Haus? Ja. Du bist richtig. Du bist richtig. Du bist richtig. DER und OB-JERER, es ist echt großartig und so ist es dramatisch. Ja, wie ist das. B-W Ashe, ich hab das, ich hab das hier total verwirrt. Du sind ganz großartig und so ist es richtig großartig. Wann es ist das, wie ist das. nur die zur ersten wir sollten eigentlich die immer vorlesen was sie sagen du deinen Charakter nicht meint das ist süß naja jetzt ist es auch egal das ist infiziert es ist noch Zeit Cody dein Engel den wieder aufzüblieren okay Blume das hört sich wie alles falsch an ein bisschen das Bucher ist einfach der Geister vom 2 er ist von dem Land und vom Ding und am meisten abspritzen weg mit euch Prozent nun nun Schauke und neu neben ihr das ist entdeckt gut passt doch eine Runde eine runde nein das entdeckt am wochenende dann wo wir spielen ich weiß was ist deswegen ich frage mich wie inkompetent man sein kann einfach nichts zu treffen ich weiß genau wo ich hinziehen muss um einen aus einer bestimmten position zu bleiben mit mit selbst den langsamen patronen des kriegs schlachtschöpf ist aber garitz wenn du es ja auch unterletzt was du dann zum flugzeugträger und fliegt mit dem flugzeugen das kann ein flugzeug ist larvenball ekelhaft dann werde ich wohl auch zum kreuz sagt schauen ich muss das larvenball ich bin großartig aus ich muss gerade eine blume mit dem frauenpenis das sieht so falsch aus das sieht so falsch aus generell das sieht so falsch aus die arme spinne du wixi das sieht so falsch aus I have a bad-ass sprout on my head. We're wearing it down, eh? Keep it up! You too! I know. How do you like it? Wee-whacky! Pfff! It's not over you! And stay down! Check out, Cody! Take out more! Watch out, May! More creatures! Oh! I'm going to break through! Lights up! Here they come! There's more of them! Looks like there's more trouble! Looks like there's more trouble! It looks like a dead end! It is! Du brauchst uns wieder mit deinen Pflanzenfähigkeit helfen, glaub ich. Hmm. Ah, da vorne. Oder? Nee! Hier war ja grad die... Oh! Tega. Springspuner. Ich würde da nicht hingehen. Komm, 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 komm. Das ist eine Pflanze für dich. Riech! To the other side! Alright. Erhenspinner. Erhenspinner. Ja. Oh, danke, Cody! Erhenspinner. 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 Oh, Torpedos. Das ist doch gar nicht. Tschüss. Oh, good for you! Will you help me get to the other side? Okay, and look around! I need a lift, dear me! Okay. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. I don't know. Ich muss einmal füllen. Das kann ich da so machen. Warum kriegst du... Oh, okay. Ich krieg auch einen. Weiss. 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 2 das ist ein bisschen was kannst du hier mitmachen eigentlich ich mehr drücken ich glaub ich kann man nur ach so an decken oh ne digga sie sagt er mich an dieses eine wie game wo man als spinne musste sich durch die historie schlagen alter das Video ist geil das hört mich gerade an Mario Kart die Regenbogenpiste wendet die Mario Galaxy wenn der Mario Galaxy auch auch Ich pisse von der Spinne aus. Ich wünsche Rose war hier, um das zu sehen. Ich pisse von der Spinne aus. 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 Spaß haben aber der Kaktus Mann ist wieder bereit Achtung so kannst du ich ziehen ich kann jetzt mal kurz kommen ich kann jetzt mal kurz kommen Null 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 um der flugbeträger ist der feuer war feuerreich heute entspannen und linken vergröße trifft er halten nur malwürfe und ein ausfall auch scheiß auch scheiß auch scheiße das maulwurf auch lecker lecker trotzdem mehr gelaufen ist jetzt schleichen müssen jetzt schleichen es ist ja mal können nämlich nix hören die die können hören aber nix sehen ich will sie aufwecken hast du auch das bedürfnis einfach umzuschauen was passiert ok jetzt wissen wir es das ist ja ziemlich dumm ja aber gut jetzt hat man das mal gesehen oh digga wie lang sind es noch lang mein charakter hallo warte mal hallo das muss ok die katze hat mir davon nicht wie du ihn auf einmal an warum würde schellingen so wie ein nöcken schill du musst grad so einfach abgehen und dann kommen so ein typen in der pflanze und peitschillen mit den peinen Piss dich Piss dich Piss dich Piss dich nein komm mit dem drecks Trophädenflieger nicht so nah die tun weh das wäre ich versuche rückwärtsgang mich geradeaus so zu stellen dass ich von dass ich mich die torpedes von vorne treffen damit ich nicht durch warte aus wir können auch nicht zuhören wir haben so gewonnen wir haben so gewonnen du bist sehr laut du bist sehr laut um kann man die jetzt noch aufwecken und das ist was für dich was ist das das die auf die Haufen bereich dreimal streite zu tat Moos hallo 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 stopp du musst dich nicht warten ich bin da drin zu laut du musst mit mir entlang gehen du kannst schon ein bisschen schneller ja hast du nicht hallo alles gut bemerkst du warte 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 ich bin sehr vorsichtig du bist der der nicht nur schmerzen 5 er kommt nicht von die Paprika zu trinken der zum Mund aufgemacht das wäre schon eine Frage zu eurem Spiel kann man den Gegner und dieses komische Gelettzeug in den Mund schießen die Binnen wir sind schon lange nicht mehr bei den Bienen man bekommt pro Level andere Gadgets und gerade haben wir habe ich nur nicht nur im Wasser und da wird sie ist eine Pflanze Vorschriften und gar jetzt kann sie in verschiedene Pflanzen verwandeln die Kürtel und ich habe so eine Pflanze auf dem Kopf mit der ich Sachen greifen kann und gar nicht die Moos Pflanze ja nicht so groß aber es kann sich schon da Prozent der Mini an Kaktus ja der du Fettsack der rollt sich gleich zurück wo mach ich platt war endlich kann ja einfach durch mach es nicht zu laut nicht dauerhaft musst du auch laut mit achten wenn wir was sind das sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 mein gott das war es dann wohl für den tempel an wieder ja so eine komische perspektive alter alter wie bist du so schnell im heck mit 10.000 mit einem schuss abgezogen so ein fetsackvieh und ich gehe auf ok muss morgen nehme ich noch um 30 war die ist auch gemein Halt! Haben wir ihn umgebracht? Hä? Ich hab ihn umgebracht! Ich hab ihn in die Richtung! Ich hab gerade auf dich geachtet! Die sind perfekt mit dir! LOL Garten! Okay. Wollen wir doch zurück? Doch zurück. Das ist ein Fat-Taker. Digger! Ja moi! Maulwürfe! Die Würfel sollen rausgerissen! Ey Maulwürfe! Die gefährlichsten Tiere der Welt! Naja für Menschen untergröße! Ja! Oh nein, mein Nuklear-Level-Up ist bald leer! Ja! 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 Da! Na siehe! Dann hat dir auch viel zuwörteren! Ja! 3 Lover EACH 3 Lover EACH LOL oh oh god hey hold it, my back is killin' me today hey, you take the fat one Hey, i'm ready oh 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 i i Nicht von dir, nichts von dir. Du wütter. Nicht von den frösen Scheweiden. Oh mein Gott. Oh, mega geil. Warum haben wir französische Frösche? Nein, nein, meiner ist französisch. Deiner nicht. Nee, nein, meiner ist französisch. Nein, nein, meiner. Nee, meiner. Deiner ist amerikanisch. Hä? Scheiß. Der, was gerade spricht, ist... Ach so. Der Dix macht Yoga. Der andere nicht. Zack, wer bist du eigentlich, Alter? Du mit deinen französischen Frosch. Das Yoga Every Day. Warum können wir mit dem Frosch schwimmen? Oh, schau mal. Ich- Ah, da musst du beide drauf sein. 5 5 wird zurückgehen müssen ich weiß ach so ich wollte ich weiß auch so Das war ziemlich cool! das besuch bist du gestorben du bist groß genug dass ihr normal durch rennen kannst kann ich deinen frog nehmen nein ich bleibe mal ins hos nein nein lass es lass es lass es nächster auch k puklos kann ich nicht der rostock Box ich glaube mal so lange bei dem verkackten Klanzen der aus des Fallen Film Frosch der da ist zum Menschen Frosch und Schatten die Statue 4 das ist kein Frosch, das ist Jar Jar Binks nicht küsst sich an das ist der Strecke bis zu ich bin die andere da wo die Blumen sind der Fall müssen auch Blumen ja aber erst danach meine sind schon feuer da warum klingt das bei dir eigentlich immer wie eine Beleidigung Yo, Garnis Brody for Katie Cody, Cody, Katie, alles dasselbe genau wie Second Cody, alles dasselbe man wusste nicht über Seko für Cody aber was solltet werden tschüss 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 ich habe mein Leben gehört können wir das eine Menge machen ich bin länger aufgeblieben heute kommt wir machen die alle im Nachhinein nur das eine hier das ist ein Schneckenhahn oh nein das ist wieder irgendwas zum Spam ich weiß es doch wenn so irgendwas und da stopp wäre geil wenn die jetzt komplett loszieht halten, zusammendrücken ah, wow da ist auch wieder x gedrückt oh, okay, da ist gewinnst du ich habe einen schlechten Start hallo, ich sehe mich nicht mal hallo, dreh dich doch nicht wohl gar komplett gemobbt hier du gewinnst ja, meine Schnecke ist zu blöd meine Schnecke ist zu blöd sich zu drehen also bitte ja, meine Schnecke ist zu blöd wie schon gesagt warum der hat sich nicht gedreht du machst das nicht mit rechts oder links du machst das mit allen Richtung hab ich ja mal verantworten hab ich ja mal verantworten ich hab einfach pilz gelb gelb jetzt steckt gelb ne, gelb rot jetzt blau, genau rot blau 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 hau das liefst du aus war schon mal war gemacht ich weiß es das ist dank ich hab diese schildtypen ich hab das kann ich sogar auch gut rausholen das ist besser wir sind schaufel schau mal was da fliege komm her nein nein ich weiß schon komm her ich möchte eine animation sehen der wirst ja riesig doch doch nicht so richtig ja aber nicht so richtig wie vor überhaupt hi hier hinten ist noch einer hier 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 Oder wir machen das zuerst auf der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Halt durchgekommen. Dein Ernst? Boah. Peinlich. Easy mit nem Chambangriff. Hahaha. Nur noch die Hauptpflanze unten. Äh. Hast du mal nach draußen geschlaut? Ja, aber das ist übel. Ist hier noch irgendwas? War hier noch irgendwas anderes? Ich wusste es! Das noch einmales machen wirst. Aber lass es jetzt bitte. Ja mach doch. Mach doch jetzt. Mach doch. Ich bin Junge. Ich piss dich an. Mach mal. Ich... Hahaha. 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 Hahahaha. Ahaha. Machst du das jetzt? Bitter. Mach jetzt. Ich liebe ich es. Prozent 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 Wir sind noch nicht so alt Oha Tentake lecker Schwänze Hentai Tentacoles Das ist doch keine Pflanze mehr Oh lol Tentacoles Du hast dir wahrscheinlich vergessen Ja, du hast dich komplett wahrscheinlich Apple Ah 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 ich bin halt zum Wasser wie interessant wasch mal weg, wasch mal weg wasch mal das Zeug alles weg bitte ja hier wasch mal weg bitte ja es geht nicht warte, vielleicht kann ich genau wasch keine Tomate mehr ja oh was bin ich jetzt oh oh fassit das ist auch schon wieder richtig mies hm mach den Pflanzentanz oh ich dachte ich werde wieder nie drin oh gut 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 wir kommen wasch das war aber auch gerade mies alter ich mach so eine Lücke und im letzten Moment kommt das war gut ich bin nicht gerade gestorben aber Was ist das? Du Kauschkartoffel, Digga, was hat die gegen dich? Der wollte mal genau die Dinge auf dich. Mach weg, mach weg. Ja, ich kann wieder nur wegpacken gegen die. Ja, ich kann wieder wegpacken, ich kann wieder wegpacken, ich kann wieder wegpacken. Ich bringe der Pflanze rein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Komm auf, komm auf, komm auf Eins haben wir noch auf ihrem Kopf drauf Nicht schon wieder Oh nein, es ist wieder dasselbe oder nicht mal ein anderes Game Oh nein Das finde ich besser Oh nein Das sieht anders aus, weißt du Oh ja, die zerbricht aber ihre eigenen Platten nach der Zeit Oh nein Meine Main Platte ist weg, auch Woah Oh 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 Bleib am Leben, bleib am Leben Easy Was kriege ich jetzt? Jetzt kriege ich wieder irgendwas Irgendein Gemüse Brocoli? Nioh... Mit Zitrone? Mit Zitrone Hahaha Digga, wir suchen Das ist mal ne ultimative Form Du hast ne ultimative Saiyajin Form erreicht Ja, es ist so nervig, dieses verkrackte Gift Äh, die eine ist wieder frei Abseh Vorsicht, da ist noch ein Ding Ja, ich versuch das ganze Ding wegzukriegen Ah, ich vorstelle hinten wieder Das ist es Das ist es Ich fühle mich, das ist es Ich fühle mich durch Bitte, Drei Lass uns das machen Wir sind fast in Warte, warte Du ist wieder dran Ich glaube ich ganz gut, dass ich das, äh Mit dem Ja 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 Das ist ein bisschen schwierig. Aber unsere Partnerin sollten uns beurteilen? Warum sollte ich weitergehen? Sie hat mir nicht geglaubt. Jeder kann sich nicht mehr überlegen. Komm, lass uns gehen. Es geht alles um dich. Den Charakter übrigens gerade nur so, was will die von mir? Puff, und du bist Siegel. Und was will jetzt dieses komische Buch wieder von uns? Nice. Digga, die Tochter ist echt gruselig. Die ist so gruselig, ich sag's es. Hi there. Hallo, da. Hallo, da. Fall aus und nicht aus dem Fenster. Ich feier. Du bist so gruselig. Alha, megaass. Hey, Digga, hat nicht gesagt, die sind drei Stücke aufgeteilt. jetzt ist meine leidenschaft meine scamming also singen wir jetzt jetzt bekomme ich die hauftaufgabe um zu den Reitem oder so heute sind wir bei Just Dance das wäre alles gerade waren wir bei Flatsburg Zombies Gunmo Warfare und jetzt bei Let's Dance oder Dachboden ich kann nicht singen das ist 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 was ist Mit die Last länger um so mehr ich singe eigentlich? Oh, ich darf da reinschreien, stelle ich auf so einen Lautsprecher. Oh, okay, normal, schade. Oh, okay. 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 Boah, warte das doch. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 du musst singen nee nee warte muss ich nur draufstellen einmal nein schau doch oder einmal pergottom noch einmal weg nee das geht nicht oh man für dich ein konzert ich habe kein ding aufpassen mach 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 ich weiß was ich machen muss warte, warte sind wir doch extra angezeigt wo du hin musst warte du musst ja das auf die andere Fläche nicht egal warum fliege ich aber weg du warst auch so nah dran toasty warte mal kann ich mit einem schönen Block ich glaub ich habe einen schönen Block nice aber die haben Buchstaben ich glaub ich muss die Buchstaben herausfinden ok bei B ah nein ach so gmc ach so ne ne ich versteh ähm euch zu fahrzeugen zurück b einmal c ganz längst drühen Das ist umgekehrt leider, stört mich nicht mehr, aber egal M.A. Ah, das schaffe ich alleine Das ist auch typisch Diese typischen Musikboxen hier, also die Behälter für die Instrument und sowas Sowas von typisch, selber in der Band und so Das sind immer dieselben Boxen G.A. G.A. M.A. gestorben das wusste schon amstag da ich glaube wir müssen da von oben drauf springen du hast du ein Trophäe oder so bekommen? nein schau hier musst du drauf da geht noch mal rein so da Kaffee Oh. Kebim. Oh nein. Oh nein. Nice. ich glaube man muss schuldner du rutscht auf deinem schild nein warum bist du wieder und nicht wieder hinten das man bedienen muss oder was ist das? weiter komm her, komm her, komm her ich weiß was ich machen muss was ich genau genau aber ich möchte jetzt schnell bleibt da bleibt da oder wir sind so durch Du musst es aus, Bronzchen. Ich weiß. Hier sind genau die falschen Seiten. Was ist das? Ist das ein Mikrofon? Ist das eine Schlange, Alter? Okay. Das sieht geil aus. Hm, das ist nur diese Schalltunnel. Vorsichtig, Vorsichtig, Vorsichtig. Ach du kannst die betäuben. Schlangenflüstere. Ja. Schießt, glaub ich, da ist ein Laser auf dich, oder? Schießt, glaub ich, da ist ein Laser auf dich, oder? Schießt, glaub ich. Guck mal. Warten wir ganz kurz. Du müsstest mit mir auch mit der selben Platz. Natürlich lässt mich nicht mehr von... äh... ...lässt mich nicht mehr los. alles gut was musst du machen alles er ist da bist du nicht mehr nach oben gegangen ich bin runtergefallen da wurdest du verschluckt danke für gar nicht übrigens ich würde schon wieder verschluckt hallo worauf wartest du sie doch jetzt endlich ich kann nichts machen weil das ich bin auch verschluckt ich muss gerade zurückkommen 321 ich hatte keinen singen und du bist vor gerannt ok lass mich voraus 321 ok ok auf fach finde ich gar nicht gut Oh, für ein Tappelrun. Oh, sieht sich. Du hast mich gerade abgedrängt. Nein, Alter! Oh, wow, nice. Ich bin ein Super-Hero! Da geht das zu... Let's, let's, let's! I'm having my breathing thing. It's getting closer! I swear, there must be that football! I think we're the one to kill those things! Hä? Hä? Da war ne... Schlucht. Checker gar nichts. Lass dann nach dem Boss... ...aufhören. So. Close the gate! Please! I don't want to become Steakfood! Oh, oh. Das wird schwierig für mich. Okay, mein Mund muss wieder ran. Hahaha. 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 Okay, ab dem Part hier. Los! No, 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 no... ...drucken. Der wird ja jetzt schon durch. Benny, drücken. Okay, ich bin schon auf. Du, oh, gerade so. Tom Gattel Eichhörer und so auch noch schlecht Euro 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 müssen es morgen weitermachen ja ich bin gar jetzt das morgen weitermachen nein lass doch doch noch zu Ende das lass doch doch noch zu Ende machen nee das Problem ist mein Herz ist leer und ich sorry muss morgen weitermachen ja Leute ich bin der Entschuldigung